Zukunft nie wieder liebhaben, nie wieder. Dann sind deine Sprüche auch scheiße. Wenn meine Sprüche scheiße sind, sind deine Sprüche auch scheiße. Nein Mama, wenn meine Sprüche scheiße sind, sind deine Sprüche auch scheiße. Wenn meine Sprüche scheiße sind, sind deine Sprüche auch scheiße. Was? Ich habe keine Aufnahme an. Wenn meine Sprüche scheiße sind, sind deine Sprüche auch scheiße. Weil du gesagt hast, wenn meine Sprüche scheiße. Scheißsprüche. Was? Nein, du hast gesagt, meine Sprüche werden scheiße. Nein, ich habe gesagt, alles ist scheiße. Und du hast mich gar nicht gemeint mit scheiß Sprüche. Hast du mich gar nicht gemeint? Lass deine scheiß Sprüche sein. Hast du mich gar nicht gemeint? Hast du mich gar nicht gemeint? Hallo, hast du mich gar nicht gemeint? Mit deinen scheiß Sprüchen, was du gesagt hast? Nein, du hast mich gar nicht gemeint. Ich wünsche mir, dass ich nicht mehr bin. Ich wünsche, ich bin am liebsten nicht mehr da. Achtung. Kilo. 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 Ich dachte, ich darf dir was zeigen, hast du doch gesagt, erlaubt gehabt. Ich dachte, ich dürfte dir was zeigen. Du hast mir erlaubt, dass ich dir was zeigen darf. Du hast mir erlaubt, dass ich dir was zeigen darf. Du hast mir erlaubt, dass ich dir was zeigen darf. Du hast mir erlaubt, dass ich dir was zeigen darf, Baba. Hast du gehört? Du hast mir erlaubt, dass ich dir was zeigen darf. Du hast mir erlaubt, dass ich dir was zeigen darf, Mama. Du hast mir erlaubt, dass ich dir was zeigen darf. Mama, du hast mir erlaubt, dass ich dir was zeigen darf. Ich darf dir was zeigen, hast du mir erlaubt, Mama. Ich darf dir was zeigen, hast du mir erlaubt. Ich darf dir was zeigen, hast du mir erlaubt. Warum darf ich das nicht mehr? Hast du mich wirklich nicht gemalt mit deinen scheiß Sprüchen? Lass deine scheiß Sprüche sein. Wie meint sie denn? Hast du mich wirklich nicht gemeint? Hast du mich wirklich nicht gemeint? Du hast gesagt, lass deine scheiß Sprüche sein. Du hast gesagt, lass deine scheiß Sprüche sein. Hast du dich wirklich nicht gemeint? Hast du dich wirklich nicht gemeint? doch du hast mich gemeint zu beleid ich werde jetzt was im video rein sagen ich hasse euch alle ich will mit euch unst 79 sieben ihre web verfolgen ist immun natürlich entscheidend dieLookfe rechts nicht mehr zu tun haben wenn ihr euch allen gar nichts mehr zu tun haben Lincoln mich möchte mit euch ich möchte mit euch allen zu gut wie gar nichts mehr zu tun haben mich möchte dass sie mich alle in ruhe lässt ich möchte dass sie mich zukunft alle in ruhe lässt möchte dass sie mich in zukunft alle in ruhe lässt ich möchte dass ihr alle mich in zukunft in ruhe lässt ich möchte dass ihr alle mich in zukunft in ruhe lässt möchte dass ihr alle mich in zukunft in ruhe lässt ich möchte mit euch gar nichts mehr zu tun habe ich will mit gar keinem was zu tun haben so gut wie gar nichts mehr bitte lasst mich in ruhe bitte lasst mich in zukunft in ruhe leute bitte lasst mich in zukunft in ruhe leute bitte lasst mich in zukunft in ruhe Ich wünsche dich mir am besten nicht mehr Ich wünsche dir am besten gar nicht mehr Ich wünsche mir, dass ich nicht mehr existiere Dass ich gar nicht mehr existiere Ich will auch nicht mehr leben, ehrlich gesagt Ich werde meine Mutter nicht mehr liebhaben, gar nicht mehr Ich wünsche dir am besten mehr Ich möchte am besten auch nicht mehr so eine Mutter haben Ich möchte meine Mutter gar nicht mehr als meine Mutter haben Ich möchte überhaupt gar keine Mutter mehr haben, gar nicht mehr Ich möchte sie nicht mehr als Mutter haben, gar nicht mehr Weil ich sie nicht mehr liebhaben Ich möchte sie nicht mehr liebhaben ich darf ja nicht mehr was zeigen ich darf ja so gut wie gar nichts mehr was zeigen ich darf ja nichts mehr was zeigt so gut wie gar nichts mehr darf ich etwas zeigen ich darf ja nicht mehr was ich bin 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 ich brauche bitte tabletten mama bitte gib mir bitte tabletten das ist wichtig bitte das ist wichtig bitte bitte das ist wichtig mir zu liebe bitte meine mutter verweigert mir nur noch die tabletten zu geben die verweigert mir die teledin zu geben und dabei brauche ich die ganze träge ich brauche sehr viele teledin 20 30 stück 40 stück brauche ich sehr viele brauche ich muss viele teledin weil ich psychisch bin ich bin psychisch ich bin psychisch ich bin psychisch ich bin psychisch aber meine mutter lässt mich noch nicht bei klinik klinik bringen oder krankenhaus bringen zum arzt bringen meine mutter ist nur noch komisch drauf zu mir komisch drauf ich werde mich demnächst wirklich wirklich nicht w Mama, guck mal. Mama, guck mal, guck mal. Mäuschen. Ich mache wirklich nichts, Baba. Mäuschen, guck mal. Mäuschen.